Minecraft bekommt einfach ein neues Logo. Okay, es ist actually gar nicht ganz so krass, aber im neuen Minecraft Snapshot wurde das Logo wieder ein bisschen überarbeitet. Neben dem allerersten Minecraft Logo, was nie benutzt wurde, gab es immer wieder ein paar neue Versionen vom Logo. Das erste relativ rund und mit super vielen Rissen. Danach kam dieses hier, was ein bisschen cleaner aussah. Und das war das letzte Logo, was schon wirklich sehr clean aussah. Und das hier ist ab jetzt das neue Minecraft Logo und ich persönlich finde es wirklich wiederum einiges cooler. Jetzt ist es einfach wieder ein bisschen minimalistischer geworden und ich finde es passt einfach viel besser zum anderen Minecraft Stil. Außerdem gibt es von jedem Logo noch eine sehr spezielle Variante, die mir zu einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in einem Hauptmenü erscheint. Dann heißt das Ganze nämlich nicht Minecraft, sondern Minecraft. Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben, aber vielleicht ja irgendjemand von euch. Aber wie findet ihr das Ganze? Denn wusstet ihr es schon?